Einen ganz wundervollen guten Tag und willkommen zurück. Heute wollen wir uns nochmal den Argumenten oder den Commands widmen. Und hier kam tatsächlich eine Frage von einem Zuschauer auf. Und zwar, wie man denn Commands eigentlich mit Argumenten hintendran ausführen kann. Ihr kennt das vielleicht aus Minecraft, da muss man dann eingeben, slash hallo, das kennen wir bereits, wenn man dieses Command hallo hier haben möchte. Und wenn man dann noch jemanden Spezielles zum Beispiel grüßen möchte, dann muss man noch morpheus407 hintendran schreiben. Und ja, da wir nur eine Person auf dem Server sind, ist das ein relativ schlechtes Beispiel. Ich kann es euch nicht wirklich gut zeigen. Deswegen machen wir jetzt hier einfach eine Customized Hallo Nachricht. Das heißt, wenn man Hallo eingibt, einfach nur Hallo, dann kommt einfach dieses Ding hier, also Hallo Sender Punkt Name. Und wenn man aber noch mehr eingibt, also Hallo Du Ei, dann kommt genau diese Nachricht hier hinten dran. Also quasi diese Customized Hallo Nachricht wird zurückgegeben. Ja, und da könnt ihr natürlich auch quasi schon einen halben, also da könnt ihr wirklich sehr, sehr viel mitmachen. Zum Beispiel kann man da sagen, hey, ich möchte eine Person anzünden über einen Command. Und das mache ich, indem ich hier Fire oder Feuer und dann den Namen der Person hintendran mache. Und all diese Dinge könnt ihr damit natürlich dann machen. Das bleibt natürlich dann aber euch überlassen. Und wir wollen hier eigentlich nur relativ schnell das Ganze, ja, in einer Customized Hello Nachricht machen. Okay, also was wir jetzt hier machen ist folgendes. Wir haben hier in der OnCommand Methode, haben wir ganz, ganz geile Sachen. Und zwar hier hinten haben wir dieses Arcs. Und dieses Arcs ist eigentlich alles, was wir brauchen. Zunächst einmal, wenn Arcs, wenn keine Argumente da sind, dann ist das, als hätte ich nur dieses Ding hier angegeben. Also nur Hallo angegeben. Das heißt, wenn Arcs, und zwar die Länge davon, also Arcs.Size, ja, wenn das gleich gleich Null ist, also wenn die quasi leer sind, dann wollen wir hier, wobei ich sollte euch guten Code beibringen, also machen wir das jetzt mal richtig, dann wollen wir hier eigentlich nichts machen. Das heißt, wenn hier quasi kein Argument drin steht, dann wollen wir einfach nur den normalen Namen ausgeben. Und hier sagt mir jetzt Kotlin, beziehungsweise meine IDE gerade, ich kann das auch eigentlich umschreiben mit isEmpty. Das geht aber beides. Da kann ich tatsächlich beide Varianten nehmen, wenn ich das möchte. Sucht euch die aus, die euch lieber ist, ja. Und ansonsten wollen wir natürlich diese Customized Nachricht ausgeben. Das heißt, wir sagen hier Sender, ups, Sender.SendMessage. So, und dann sagen wir hier, ähm, Hallo, Komma, Plus, und dann eben die Argumente. So, jetzt, wie bekommen wir die Argumente? Nun, lass uns nochmal einen Blick auf diese Arcs werfen. Das ist ein ArrayOutString, ja. Das ist halt also ein Array aus Strings. Dieses Out ignorieren wir für den Moment mal. Und das werden wir jetzt einfach hier benutzen. Es gibt nämlich eine ganz tolle Methode, also ihr könnt hier selbstverständlich auch mit einer Vorschleife drüber iterieren. Das würde ich euch auch tatsächlich empfehlen. Ähm, aber in unserem Fall reicht es eigentlich, wenn wir eine ganz tolle Methode nehmen, die Kotlin für uns bereitstellt. Wie gesagt, hier ist auch wieder wichtig, ihr solltet meine Kotlin-Playlist, zumindest einen Teil davon solltet ihr gesehen haben. Und dann sagen wir hier Arcs. Ähm, und dann haben wir hier die Methode JoinToString. So, und jetzt haben wir hier den JoinToString quasi als Methode. Das heißt, das ganze Ding wird als String zugebaut. Das heißt, wenn ich jetzt hier hallo, beziehungsweise eingebe, hallo, du, ei, dann sind das ja zwei Strings. Ja, die werden erstmal auch eingelesen als hallo. Ja, das ist mein Command. Und dann habe ich hier den ersten String, also das erste Argument, du. Und das zweite Argument, ei. Und dann vielleicht noch mehr hintendran. Und ich möchte, dass die aber jetzt hintendran alle auf einmal ausgegeben werden. So, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Hier steht ein Leerzeichen, das wird aber zu zwei Elementen in meinem Arcs verbaut. Und deswegen muss ich die alle in eine Zeichenkette reinpacken. Deswegen hier eben JoinToString. JoinToString hat aber die dämliche Angewohnheit, oder was heißt die dämliche, aber es ist schon für unseren Zweck jetzt gerade nicht so sinnvoll, dass es neue, oder dass es verschiedene Zeichenketten mit Kommata trennt. Das heißt, statt hier hallo, komma, du, ei, was wir eigentlich haben wollen, bekommen wir hallo, komma, das ist das, was wir eingegeben haben, das wollen wir auch so. Und dann hintendran die Arcs, du und ei, sind getrennt und werden mit einem Komma separiert. Das heißt, hallo, komma, du, komma, ei. Das wollen wir nicht, wir wollen hier einfach nur ein Leerzeichen haben. Und deswegen müssen wir den Separator ändern. Das heißt, das, mit dem die einzelnen Strings in unserem Array hier getrennt werden. Das heißt, wir sagen hier, statt, also der Separator, das sehen wir hier, wird automatisch gesetzt. Statt einfach nur, das ist der Standard, so setzt Kotlin das für euch automatisch. Wir wollen hier einfach nur ein Leerzeichen dazwischen haben und dann passt die Sache für uns. So, und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was wir hier brauchen. Jetzt sollten wir aber vielleicht noch angeben, dass man das hier in den Commands auch wirklich so tun kann. Und dazu sagen wir hier, grüßt den Spieler, Command, eigene Nachricht. So, okay. Und jetzt füllen wir hier natürlich wieder Gradle aus. Und dann können wir hier, das war der falsche Ordner, den brauche ich nicht. Den brauche ich und den hier vor allem brauche ich. Können wir Kotlin hier rüber kopieren. Ihr habt gerade gesehen, dass ich schon wieder ein bisschen mehr aufgenommen habe. Da war zum Beispiel auch ein Video zu Kotlin und SQL dabei. Wenn ihr in Minecraft eine Datenbank verwenden wollt, dann schaut euch bitte meine Kotlin SQL Videos an. Die sind genau das. Ihr könnt die einfach so eins zu eins in Minecraft übernehmen. Das hat an sich nichts mit Minecraft zu tun, sondern eigentlich nur was mit Kotlin. Das heißt einfach hier eine Datenbank einbinden und fertig. Ja, so funktioniert das dann einfach. Okay. Wir starten selbstverständlich den Server neu. Bam. Das dauert ein bisschen. So, und dann können wir hier auf den Server joinen. Und. Und. Sind drin. Wundervoll. So, und jetzt können wir hier tatsächlich hergehen und sagen Hallo. Und dann können wir hier eigene Nachricht machen. So, und dann sehen wir hier Hallo, eigene Nachricht. Wenn ich jetzt allerdings nur Hallo eingebe. Hallo. Dann sehen wir Hallo Morpheus 407. Und wenn ich irgendwas anderes eingebe, wie zum Beispiel Hallo. Du. Ups. Du. Ei. Und ihr seht, das sind eigentlich zwei unterschiedliche Befehle. Also zwei Argumente. Du ist ein Argument hier und Ei ist auch ein Argument, ja. Die kriege ich alle auf einmal. Dann bekomme ich hier Hallo, du Ei einfach nur mit einem Leerzeichen getrennt. Okay. Also so könnt ihr auf die Commands eingehen. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ihr hier braucht. So könnt ihr mit Commands arbeiten. In, äh, in Argumenten. In den Commands arbeiten. So rum. Und viel Spaß damit. Ich gehe jetzt hier vielleicht noch ein paar Sachen fällen. Ah, ich habe das Black-In wieder rausgemacht, ne. Mein Autolooter. Warum habe ich den wieder rausgetan? Ich brauche den dringend. Okay, gut. Dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Wenn ihr Vorschläge habt, bitte schreibt mir die. Und, ja. Viel Spaß beim Zocken auch. Bis dann. Ciao.